Am Sonntag, Premiere mit Götz-Georbe. Sag mal, was machst du denn? Ganz dicht bei euch sein und von euch lernen. Eins ist sicher, Schimanski bleibt Schimanski. Soll ich den bösen Mann machen? Mädchen-Händler auf der Spur. Wenn du willst, dass ich deine Tochter wiederfinden soll, dann musst du ein bisschen kooperieren. Dann finden wir sie ein bis dahin zum Rhein wieder. Schimanski, Sonntag, 20.15 Uhr, OF2. Schimanski, Sonntag, 20.15 Uhr, OF2.